Eine zentrale Kernkomponente bei Source Control Verwaltung mit Versionsänderungsverwaltung mit all diesen Features, die dazugehören, um die Nachvollziehbarkeit meiner Entwicklungen natürlich jederzeit durchführen zu können, ist die zentrale Ablage des Programmcodes. Wenn wir hier mein Beispiel betrachten, dann wäre das hier jetzt eine App, die ich lokal begonnen habe zu entwickeln. Wir wechseln hier mal auf die Entwickleransicht und ich habe hier auch bereits ein lokales Repository angelegt und alles, was ich hier natürlich verändere, wird von Git auch bereits bemerkt und kann ich auch schon lokal bestätigen. Also wenn ich hier das einfach mal als Beispiel 1 nehme, dann wäre das jetzt hier die Grundinitialisierung und alles, was ich geändert habe, wird von Git jetzt als bestätigte Änderungen in mein lokales, auf diesem Rechner befindliche Repository übernommen. Und das Spiel, das geht so weiter, also mache ich hier aus dem 1er in den 2er, geht das wieder von vor los, Git merkt die Änderung, sobald ich gespeichert habe und wenn ich mit meinen Änderungen fertig bin, dann kann ich das wieder hier in mein lokales Repository übernehmen. Was hier aber nie passiert, ist jetzt, dass das Ganze auch zentral abgelegt wird und da gibt es verschiedene Möglichkeiten dafür, da gibt es verschiedene Tools dafür. Zwei sehr bekannte sind ganz sicherlich DevOps und GitHub und ich zeige Ihnen jetzt in diesem Beispiel, wie Sie ein DevOps Repository hier einbinden. Sie brauchen dafür zunächst mal natürlich DevOps selbst, dazu gehen Sie auf die Microsoft Azure Webseite und suchen dort nach Azure DevOps Services. Und bei Azure DevOps Services, Sie kommen zunächst mal normalerweise eher hier auf die erste Seite, haben Sie die Möglichkeit kostenlos zu starten und dieses kostenlose Starten bedeutet, Sie bekommen einen Plan für maximal fünf Entwickler und diese fünf Entwickler, die sind kostenlos. Also für kleine Teams ist das sehr, sehr gut geeignet und bietet dafür, dass es kostenlos ist, wirklich eine große Vielzahl an Funktionalitäten. Ich bitte Sie daher, falls Sie das noch nicht getan haben, hier kostenlos zu starten und diesen gängigen Registrierungsprozess einfach mal durchzumachen. Und Sie kommen dann im Anschluss auf eine Ansicht, die hier wieder irgendwann beginnt und da hole ich Sie auch ab. Das heißt, Sie machen bitte diese Registrierung einfach durch mit Ihrer E-Mail-Adresse und schauen, dass Sie bis zum Punkt Get Started with Azure DevOps kommen. Ja, wenn Sie da sind und das sollte nicht allzu schwierig sein, klicken Sie auf Continue, müssen jetzt einen Namen für Ihre Organisation eingeben. Ich entscheide mich hier zum Beispiel für Learn for Dynamics 365.3 und wählen dann ein Rechenzentrum aus. Im Anschluss bestätigen Sie mit Continue und Ihre Organisation wird natürlich angelegt. Und sobald diese angelegt wurde, haben Sie die Möglichkeit, ein neues Projekt anzulegen. Ein Projekt entspricht also jetzt hier einer Art App-Entwicklung, einem Kunden, einem, ja, könnte theoretisch auch ein Feature sein, wenn ein Feature jetzt wirklich hier als eigenes Projekt abgelegt wird. Aber da möchte ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Im Durchschnittsfall ist ein Projekt ein Kunde oder eine App, je nachdem, was Sie eben vorhaben zu entwickeln. Und ich nenne diese App einfach mal Sample1-App, Learn for Dynamics 365. Die ist privat, also ich muss Entwickler einladen und es ist keine Community-App, wo auch andere mitentwickeln oder den Code kopieren dürfen. Ich bestätige das mit Create Project und bekomme jetzt sofort hier auf der linken Seite die verfügbaren Features von Azure DevOps. Und da ist auch unser Repository, das eben dann in weiterer Folge zur Verfügung stehen soll. Wenn wir da jetzt mal durchklicken, dann werden wir sehen, im Moment ist noch alles leer. Und auch unser Repository ist noch leer. Aber wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt entweder dieses Repository in Visual Studio Code klonen oder wir können bestimmte Bash-Befehle, also Terminal-Befehle ausführen, um vielleicht etwas, was wir schon entwickelt haben, hier auf dieses Repository zu verlinken und zu übernehmen. Und genau da liegt auch der Unterschied. Also das würde ich Ihnen dann empfehlen, wenn Sie wirklich komplett neu starten und vielleicht lokal noch gar nichts haben, wäre Variante 1. Muss nicht sein, aber das ist einer der häufigsten Fälle, wo das eingesetzt wird. Und das, weil ich einfach finde, es geht so einfach und schnell, würde ich Ihnen empfehlen, wenn Sie bereits lokal eine Entwicklung haben und diese Entwicklung jetzt einmal mit einem Repository verbinden wollen. Und genau das ist bei mir der Fall. Ich habe bereits Entwicklungen, möchte die auch natürlich fortsetzen und möchte die jetzt einfach auch zentral hier in diesem Repository ablegen. Also klicke ich hier auf Copy, Push, Commands to Clipport und kehre zurück nach Visual Studio Code. Dort, und zwar im unteren Bereich von Visual Studio Code, öffnen Sie sich bitte die Terminal-Ansicht, vergewissern Sie sich, dass die Bash ausgewählt ist. Sollte die aus welchen Gründen auch immer nicht da sein, wählen Sie Select Default Shell und wählen Sie die Git Bash aus, also die Terminal-Funktion von Git. Und jetzt müssen Sie nichts anderes machen, als auf jeder Tastatur Steuerung vorzudrücken und dann wird der erste Befehl, den Sie kopiert haben, eingefügt und ausgeführt. Das ist die Konfiguration. Konfiguration und jetzt müssen wir nur noch das Push ausführen und mit diesem Push werden jetzt diese Dateien auf dem Server zentral abgelegt und verlinkt. Natürlich müssen Sie sich anmelden, es ist ja ein privates Projekt. Diese Anmeldung bleibt im Normalfall gespeichert bis zu dem Zeitpunkt, wo Sie diese Anmeldung wieder rufen oder sich das Kennwort ändert. Und sobald das Ganze hier fertig ist, können Sie eigentlich zurück wechseln nach Azure DevOps, auch hier wieder ein bisschen herumklicken oder F5 drücken, um das Fenster zu aktualisieren. Und Sie sehen, mein Source-Code ist jetzt auch schon übernommen. Und das ist nicht eine einmalige Übernahme, sondern ab jetzt funktioniert das folgendermaßen. Wenn Sie eine Änderung vornehmen, zum Beispiel Hello World, Learn for Dynamics 365, dann merkt das zunächst Ihr lokales Git, zeigt Ihnen hier auch die Änderung an. Sie dokumentieren irgendwann dann die Änderung, wenn Sie fertig sind. Dann nennen wir das Beispiel 3 oder Beispiel 3 Name. Bestätigen Ihre Änderungen lokal. Und jetzt ist es noch nicht am Server, das ist wichtig, das sind zwei verschiedene Schritte. Die Daten oder die Entwicklungen werden erst dann wieder am Server abgelegt, wenn Sie sozusagen den Push-Befehl ausführen, wenn Sie F1 drücken auf Ihrer Tastatur und dort den Git-Push-Befehl entweder eintippen oder eben anwählen. Dann wird der Code erneut hier übernommen. Und wenn wir uns die Hello World Dial anschauen, dann sehen wir, dass hier bereits die richtige Version liegt. Und wenn Sie auf der linken Seite auf die Commits klicken, dann können Sie auch alle Commits sehen, die Sie bisher schon gemacht haben. Also nicht nur jene, die Sie gemacht haben, seit Sie das verknüpft haben, sondern auch all jene Commits, die Sie gemacht haben, seit Sie mit Git in dieser App entwickeln. Und auf diese Art und Weise entsteht ja eben diese Historie und da kann man dann in die einzelnen Details hineingehen und sich natürlich auch die Unterschiede anschauen, schauen, was geändert wurde etc. Da kommen die Vorteile jetzt am Ende dann erst zu tragen. In den letzten Minuten haben Sie also gelernt, wie Sie ein lokales Repository, das vielleicht sogar schon vorhanden ist, mit DevOps verknüpfen. In diesem Fall DevOps als zentrales Repository, als zentrale Repository-Lösung. Variante 1 ist also gewesen, dass wir über die Git-Bash zwei Kommando-Befehle ausgeführt haben, die uns in DevOps-Service vorgeschlagen wurden. Variante 2 wäre eben, dass Sie über Clone ein neues Repository lokal oder ein neues Projekt lokal im Visual Studio Code eröffnen und erst dann zu entwickeln beginnen. Das Ergebnis ist identisch. Es ist ein Remote-Repository, das mit Visual Studio Code und mit Ihrer App verknüpft ist. Und auf diese Art und Weise können jetzt Sie, aber auch andere Teammitglieder immer zentral in diese Ablage hier sozusagen Ihren Code hinein veröffentlichen. Und Sie haben immer auch alle Vorteile einer zentralen Code-Ablage. Und Sie haben immer auch alle